guck mal wie es hier dann schon geschäppert hat hier das hat eben ganz schön laut gekracht hier also das hier ist es ist kein normaler das hier ist sogar das hier ist sogar hier noch mal ein trocken hier sogar ein extrem schwer gewitter nur das geht hier ist ganz schön laut ladung hier drin die jetzt hat auch also das hat schon ganz wieder positive blitzer geschickt dieses gewitter ist schon sehr blitzintensiv so 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 Vielen Dank. Vielen Dank.